Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 664 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Genauso habe ich es vorausgesagt. Es geht in jedem Fall bergauf. Genauso habe ich es vorausgesagt. Es geht in jedem Fall bergauf. Das kann nicht wahr sein. Ich habe nicht erwartet, dass das passiert. Ich spiele Fußball in unserem Garten. Meine Freunde werden bald hier sein. Ich spiele Fußball in unserem Garten. Meine Freunde werden bald hier sein. Mein treuester Freund ist mein Hund. Meine Eltern hatten schon immer Hunde. Ich habe Paul zufällig in der Stadt getroffen. Wir hatten uns lange nicht gesehen. Ich habe Paul zufällig in der Stadt getroffen. Wir hatten uns lange nicht gesehen. Ich beantworte jeden Tag Dutzende von E-Mails und Anrufen von Kunden. Ich beantworte jeden Tag Dutzende von E-Mails und Anrufen von Kunden. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wie lange wirst du bleiben? Ich bin so froh, dass du hier bist. Wie lange wirst du bleiben? Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wie lange wirst du bleiben? Ich gehe immer in den Wald, wenn ich über etwas intensiv nachdenken muss. Ich gehe immer in den Wald, wenn ich über etwas intensiv nachdenken muss. Ich gehe immer in den Wald, wenn ich über etwas intensiv nachdenken muss. Ich habe dieses Fleisch gekauft. Soll ich es auf den Grill legen? Ich habe dieses Fleisch gekauft. Soll ich es auf den Grill legen? Ich habe dieses Fleisch gekauft. Soll ich es auf den Grill legen? Ich habe ein Problem mit meinem Schienbein. Ich kann nicht normal laufen. Ich habe ein Problem mit meinem Schienbein. Ich kann nicht normal laufen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. In den letzten Monaten habe ich fast 1000 Menschen geimpft. Wir stellen uns allen Herausforderungen als Team und lösen alle Probleme gemeinsam. Wir stellen uns allen Herausforderungen als Team und lösen alle Probleme gemeinsam. Wir stellen uns allen Herausforderungen als Team und lösen alle Probleme gemeinsam. Sei ruhig. Rede nicht darüber. Niemand darf es wissen. Bitte denke immer daran, während des Trainings genug Wasser zu trinken. Bitte denke immer daran, während des Trainings genug Wasser zu trinken. Lass uns auf dem Balkon darüber reden, damit die Kinder nicht mitbekommen, was wir zu besprechen haben. Lass uns auf dem Balkon darüber reden, damit die Kinder nicht mitbekommen, was wir zu besprechen haben. Es ist wichtig, dass du deine Zähne nicht mitbekommen, was wir zu besprechen haben. Es ist wichtig, dass du deine Zähne gründlich putzt. Auch die Backenzähne darfst du nicht vergessen. Es ist wichtig, dass du deine Zähne gründlich putzt. Es hat keinen Sinn, dieses Thema weiter mit Yannick zu diskutieren. Er hört mir überhaupt nicht zu. Es hat keinen Sinn, dieses Thema weiter mit Yannick zu diskutieren. Er hört mir überhaupt nicht zu. Mit einer Kreditkarte kannst du weltweit einfach, schnell und sicher bargeldlos zahlen. Wir sind ganz allein an diesem wunderschönen Strand in Thailand. Wir sind ganz allein an diesem wunderschönen Strand in Thailand. Die Palmen spenden Schatten. Lass uns dieses Zimmer verschönern. Wir haben keine Ahnung, wie man es richtig macht, aber wir werden es schon irgendwie schaffen. Lass uns dieses Zimmer verschönern. Wir haben keine Ahnung, wie man es richtig macht, aber wir werden es schon irgendwie schaffen. Lass uns dieses Zimmer verschönern. Lass uns dieses Zimmer verschönern. Lass uns dieses Zimmer verschönern. Wir haben keine Ahnung, wie man es richtig macht, aber wir werden es schon irgendwie schaffen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.